ganz ehrlich hätte da bleiben müssen das schwachsinn auf hitbox zu gehen ganz ehrlich ganz ehrlich das delay zum beispiel bei den streams das hat sich bei twitch total verändert ich gucke hier gerade meinen eigenen stream an der es gerade mal ich denke mal so zehn sekunden verzögert circa 10 und die haben zurzeit sowieso eine beta laufen wo die verzögerung noch weniger sein soll wenn man darüber nachdenkt naja dann was einfach ab doch umbringen ist doch easy ok also ich habe mir noch mal gestern fand ich den vogel so geil aussehen habe ich ihn geteilt wir haben jetzt hier noch eine fleischfresser vogel nee der ist auch so groß aber der heißt white hawk sieht echt gut aus und ist männlich na gut egal was wird jetzt machen ich wollte jetzt metallfarm gehen genau muss meinen heutigen metallstart ist doch kriegen ich muss noch schnell den hier auf wird auf twitch immer stream oder wird wieder später wieder auf weil das wäre eigentlich keine gute idee finde ich soll gleich auf twitch bleiben ich habe selber auf hitbox quetzal denn die gerade oder haben die dann ja quetzal haut immer ab quetzal kämpft nicht quetzal ist eine lusche im kämpfen quetzal doch wir können den sattel schon bauen für satten quetzal für die braucht man schon viel deswegen wollte ich auch so viele pfeile haben ja genau das problem ist bloß wenn du beim quetzal falsch tröst könnte sein könnte sein aber quetzal will ich unbedingt haben das will ich unbedingt haben ist eines mal sicher dass es auf meine liste steht und eigentlich schlecht aus dass die ich eigentlich sieht echt cool aus muss man telefonen das wenn das ist das das Oh, 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 oh. Oh ja! 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 Was ist das? 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 Was ist das?